Der gute MB hat Urlaub und ich habe mir gedacht, komm ich fahre mal nach Berlin, da ist ja der Japan Store auch immer noch für eine Woche in der Bikini Mall. Wer da hingehen möchte, kann Glück haben und kriegt dann noch ein paar Trainerboxen. Ich habe eine gefunden, die war nicht ausgestellt, die war hinterm Tresen, da musste man den Verkäufer fragen. Ist die englische Edition, spielt aber keine Rolle, die ist sogar ein bisschen wertvoller als die deutsche, aktuell zumindest. Und ja, Thema Trading Card, das ist das erste Mal, dass ich hier so ein Pack Opening mache. Es könnte auch das letzte Mal gewesen sein. Ich habe einfach mal Bock, das zu probieren. Ich habe mich jetzt mehrere Stunden mal erkundigt, was so dieses Trading Card Game Geschäft angeht. Ich glaube, wer jetzt wirklich sammeln möchte, der ist besser dran, das eher einzeln zu kaufen. Und ich versuche das mal, wenn die nächste Edition rauskommt. Die sind ja momentan alle vergriffen und ausverkauft. Bei ein paar Händlern habe ich gesehen, die kommen wieder ab dem 29.11. Der Wert, denn solche Boxen ja zum Beispiel, 109 Euro kosten, 119 Euro, sind 36 Booster drin mit jeweils 10 Karten. Und rein rechnerisch macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Ich glaube, es ist besser. Also die Folge heute könnte etwas länger dauern. Ich habe darüber ja noch nie geredet. Für mich ist das alles neu. Wer das alles schon kennt und nur das Pack Opening sehen möchte, muss vorspunen oder vielleicht abschalten. Keine Ahnung. Ja, also verzeiht mir auch dann die Kamera. Das ist immer noch die Streaming Kamera, die ich habe seit Jahren. Ich hoffe, die Qualität passt soweit. Okay, aber zurück zum Thema. Ich glaube, wenn ich das dann einmal so eine ganze Edition vervollständigen möchte, dann macht es Sinn, so drei, vier Booster vorzubestellen. Es ist ein teurer Spaß, gar keine Frage. Deswegen kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, das langfristig zu machen. Aber warum nicht? Ich meine, in der Urlaubszeit mache ich eben manchmal sehr dumme Sachen und einfach just for fun. Ich habe jetzt Bock auf Booster öffnen, deswegen teste ich es auch einfach mal. So einfach ist das. Und zocken möchte ich ja auch noch. Also ich will nicht nur sammeln, ich will mit denen auch spielen. Und wenn ich viele Pokémon normale Karten habe, nicht nur für das Sammelalbum, dann ist es ja auch nicht so verkehrt. Aber wenn ich jetzt wirklich mal den kompletten Test machen möchte, dann glaube ich, ist es ratsamer, so drei, vier dieser teuren Packen zu holen, die zu öffnen, gucken, was drin ist. Und den Rest sich dann eben einzeln zu kaufen, ein paar Monate später. Ich habe auch schon auf so Card Trading Market Places online geschaut. Da siehst du auch den Kartenverlauf, also die Preise, ob die fallen oder steigen. Und in der Regel ist es schon so, dass bei dem Erscheinen einer neuer Box, dass alles direkt wieder nach unten sinkt und dann kannst du zuschlagen. Also bei Release ähnlich alles kaufen, einfach abwarten und dann den Rest sich einfach ein paar Monate später kaufen, bevor es die Edition gar nicht mehr gibt. Das ist so das, was ich mitbekommen habe, dass die alten Boxen, also wir reden alt im Sinne von die letzten ein, zwei Editionen, die sind dann wieder normalpreisig oder doch günstiger. Da kann man zuschlagen. Und die ganz, ganz alten, jetzt reden wir hier schon von fünf, sechs, sieben und mehr Jahre, die gehen heute über die Ladentheke bis zu 900 Euro. Englische Editionen oft teurer, das ist seltsam. Wobei, so seltsam auch gar nicht, der englische Markt ist eben größer als der deutsche. Jetzt könnte ich das hier mir einfach aufsparen. Aber was mache ich dann? In zehn Jahren bin ich über 50 und warum soll ich denn das dann noch verkaufen? Also, ich will jetzt den Spaß haben und nicht später. Deswegen machen wir den Spaß. Ja, ich habe mir auch mal so ein Sammelalbum gekauft, dass ich die Karten reinlegen kann. Ich glaube hier, in der Box, sind schon ein paar Hüllen mit drinne. Und deswegen öffnen wir die auch. Deswegen habe ich schon mal eine Schere vorbereitet. Ich versuche es trotzdem vorsichtig zu öffnen. Ich hoffe, ich mache hier nichts großartig kaputt, aber ich werde es eh nicht weiterverkaufen. Von daher, hier die Naht, die bietet sich doch an, da mal einen Stich zu setzen, nicht wahr? Und jetzt geht es auch schon los. Bin gespannt, wie die riechen. Und als ich mich dann die letzten Tage auch des Öfteren mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich auch gesehen, es gibt ja von Final Fantasy auch ein paar Booster-Karten. Von One Piece ist jetzt gerade auch, warum auch immer, ein Hype da. Das habe ich festgestellt, weil online sehe ich ganz viele Videos mit God, Pags, Opening und so weiter. Aber da bin ich raus. Dann gibt es von Magic noch ein paar Karten, dann von anderen Spielen noch diverse Karten. Also ich weiß nicht, was sich zum Sammeln jetzt mehr lohnt. Diese Edition hier zum Beispiel, muss ich mal kurz hier Papier wegschmeißen. Die hat ja, wenn ich mich nicht täusche, so über 250 verschiedene Arten oder Artworks. Und wenn man da alle sammeln möchte, na herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wenn ich mal anfange, wirklich irgendwo für was zu sammeln oder zu was zu brennen, dass man wirklich Bock hat auf eine Sache, dann suche ich mir etwas aus, wo vielleicht nicht ganz so viele Karten drin sind, wie bei einem Final Fantasy zum Beispiel. Oder wo die Allgemeinheit auch nicht das so für hochpreisig verkauft. Kann man das lesen? Ich glaube nicht. Oder dafür ist die Kamera... Doch, jetzt. Autofokus. Ich lese mal vor. Also, wir haben jetzt hier neun Booster-Packs. Eine holographische Vollboot-Promokarte. 65 Karten Höhlen, was ich cool finde, weil ich habe aktuell keine Höhlen hier. Energiekarten, freue ich mich auch. Weil da wir mal ein bisschen spielen wollen, brauche ich auch viele Energiekarten. Es gibt Chance-Marker-Würfel. Dann Münz-Wurf-Würfel. Wettbewerb. Kunststoffmarken für Zustände. Eine Aufbewahrungsbox. Und eine Code-Karte für Trading-Karte. Live, das ist doch nett. Das mag ich doch. Jetzt haben wir hier ein Heftchen. Oh, das ist nice. Ich wusste gar nicht, dass in solchen Trainerboxen auch ein richtiger... Okay, das ist cool. Da muss ich mich mal später mit beschäftigen. Seht ihr das? Oh, ich wünsche in solchen Momenten, ich hätte besseres Licht oder eine etwas bessere Kammer, die das hier stärker durchleuchtet. Ich könnte nochmal mehr Licht anmachen. Ich glaube, es ist ein bisschen unscharf, oder? Egal. Es ist egal. Auf jeden Fall haben wir hier sehr, sehr schönes Büchlein. Wo nochmal die Karten drin sind, kann man sich angucken. Und ich glaube, das hier ist eines der wertvollsten Karten. Die wertvollste dürfte so eine Pikachu-Karte sein. Eben in der Terraform. Was man hier oben sieht. Dann machen wir mal auf. Und gucken wir uns das Innenleben an. Hoppserchen. Was haben wir hier Schönes? Oh Leute, das ist alles für mich... Oh, der Geruch. Ich muss mal dran riechen. Riecht ein bisschen chemisch. Riecht ehrlich gesagt so, dass ich jetzt nicht hier in der Nähe schlafen würde. Ja, riecht doch ganz schön chemisch. Das ist so... So ein neues Buch riecht auf jeden Fall besser als das hier. Das dürften dann die Booster-Packs sein. Die Münzen sehen schon mal sehr cool aus. Wirken sehr schwer. Da habe ich direkt mal Bock, da rumzuschnipsen. Dann kriege ich wieder Bock. Das erinnert mich an die guten alten Yu-Gi-Oh!-Zeiten. Was haben wir Karten gesuchtet? Schon mal erzählt. Die Energie-Karten auch geil. Die werde ich nicht in Folien packen. Die werden wir einfach so zocken. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich irgendwann mal so mehrere hunderte oder tausende Karten habe, dann machen wir eher so eine Art Spieleabend-Turnier, dass man so einen Zufallspack zieht. Also so eine ganze Box voller Karten. Jeder muss sich dann so 300, 400 rausziehen und daraus dann ein Deck zusammenstellen. Dann wird das jede Runde, jeden Abend immer ein bisschen besser und einfacher. Hier mal die Schansmarker-Würfel. Und eben einen schönen glitzernden, sieht man das? Ein Glitzer-Gelber-Würfel, auch schön. Und mehr war es schon gar nicht. Doch, hier sind die Hüllen. Die werde ich gleich mal aufmachen. Was kann sein, dass wir die brauchen werden? Oh, hier mit der schönen Rückseite. Die habe ich mir bei TCG Online auch dann geholt. Ich kann übrigens jetzt nochmal TCG Live empfehlen. Das hat ja immer noch sehr schlechte... Oh, hier. Hier, guck mal. Hier hätte man es aufmachen können. Hat mein dicker klubschi Daumen aber nicht hinbekommen. Egal, das schmeißen wir hier sowieso weg. Brauchen wir nicht mehr. Und könnt ihr euch vorstellen, da mal wieder zum Turnier zu fahren? Und wie sehen meine Fingerchen aus? Ist da Dreck drunter? Okay, so. Dann wollen wir mal. Das hier ist jetzt die besagte... Magneton-Karte. Die wirkt ziemlich stabil. Da sind noch andere Karten drin. Wir machen die auf jeden Fall auf. Ich lasse die jetzt hier nicht drin. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht vor, das zu verkaufen. Von daher... Natürlich machen wir die auf. Ist ja wohl ganz klar. Wie macht man so einen Booster auf? Mhm. Ach, da sind die Karten drin. Wahrscheinlich dann, ne? Hier ist der Code. Das muss ich aufpassen. Ihr seht ja den Code nicht, ne? Ich habe einen E-Stand schon eingelöst. Sollte jetzt mir hier irgendein Malheur passieren? Das sind Kartentrenner. Ich glaube, das hier sind wirklich nur Kartentrenner. Dann können wir die schon mal hier reinpacken. Die kommt auch gar nicht so schön rüber hier. Also selbst im Zimmer sieht die sehr dunkel aus hier. So sieht die gut aus. Das ist schön. Das gefällt mir. Ich mag das, wenn die so glitzern. Was ich auch nicht wusste, es gibt ja von Disney mittlerweile auch ein Kartenspiel. Wusste ich gar nicht. Ich weiß, dass meine Schwester Ultra der Disney-Fan ist. Vielleicht schenke ich immer so eine Box zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob jemand was anfangen kann. Aber zur Not kann sie es ja wieder verkaufen. Es verliert ja nicht an Wert. Schön. Nehmen wir die erstmal hier weg. Und die Kartentrenner auch mal ein bisschen hier Ordnung reinbringen in die Bude. Und jetzt heißt es das erste Mal öffnen unserer neuen Karten. Da habe ich richtig Bock. Das ist das, worauf ich schon seit Tagen, Monaten, Jahren immer mal wieder so Lust bekommen habe. Und jetzt, wo man ein bisschen finanziell auch abgesichert ist und das einem hier nicht wehtut. Da gönne ich mir jetzt mal den Spaß. Booster öffnen. Oh, das ist gerade das erste Booster. Das erste Booster ist schon lange her. Wie macht man die jetzt auf? Ich will ja nichts kaputt machen. Man macht die doch in der Mitte hier auf, oder? Hier oben so. Oh, die Cards. Die Codes. Sind da Codes drauf zum Einlösen? Löse deine Belohnungen ein. Auf Handy. Muss man kurz gucken, ob da wirklich was drauf ist. Ah, verstehe. Pro Booster kriegst du immer einen Code. Lege ich alle schön beiseite. Und wo sind denn jetzt hier die seltensten? Hinten oder vorne? Wir gehen jetzt mal durch. Rotomov. Oh, da ist die Stunde. Oh, da hat es geglitzert. Da hat es geglitzert. Oh, das ist eine coole Karte bestimmt. Es sah aus wie eine Terra-Kristall-Karte. So, Rotomov. Magnetillo. Bummels. Choreogel. Latios. Hier, Latias ist eine der teuersten Karten. In der X-Form. Hier mal Magnetillo. Da ist Holo. Fachbegriffe kenne ich nicht. Das hier ist auch Holo. Wie heißt das? Reverse Holo. Und hier haben wir Colossan X. Colossan X. Kann ich mal Kamera... Ich kann mal versuchen hier die Cam ein bisschen so weiter runter zu machen. Ist der Autofokus jetzt ein bisschen besser, ne? Ich müsste die ja vielleicht hier oben öffnen. Und dann eine Energiekarte. Über die Energiekarten freue ich mich natürlich, weil ich bin ja jemand, der das wie gesagt auch spielen möchte. Sollte ich dann die gleich einfolien? Das mache ich dann später in aller Ruhe. Komm, wir stellen erstmal hier die Kamera ein bisschen ein. Ja, Disney. Disney, Final Fantasy, One Piece. Was es nicht da alles gibt, das ist schon ziemlich krasse Scheiße. Und ich habe auch stundenlang die letzten Tage überlegt. Mensch, was machst du? Fängst du wirklich mit Pokémon an? Ist das eine schlaue Idee? Höchstwahrscheinlich nicht. Trotzdem machen wir es. Bronzel haben wir da. Wir haben hier noch ein bisschen höher. Da, Bubungus. Ja, es ist... Ne, die Cam ist scheiße. Licht ist leider auch an. Vielleicht muss man sowas am Tag machen. Okay, müssen wir es mal so probieren. So sieht es ein bisschen besser aus. Wir haben hier Bubungus mit Festkleben. Dann haben wir ein Diktar. Dann haben wir Ramot. Eine Stadionkarte. Nice. Lamelux. Quindella. Oh, hier haben wir eine Astrena-Karte. Das ist natürlich richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, wie selten die sind. Ob die auch einen gewissen Wert haben. Hätte ich ja gestern mal gucken können. Prächtiger Mixer. Sieht cool aus. Terra Crystal Orb. Das ist genau eine Karte, die ich brauche für mein Deck. Und vor allem auch in der Holo-Variante. Und dann haben wir hier Eisenhaupt. Schön bling, bling, glitzer, glitzer. So, dann packen wir die erstmal hier schön beiseite und die Codes am besten einzeln hin. Ich hätte einen Stream machen können. Weil jetzt weiß ich ja nämlich gar nicht, was ich jetzt die ganze Zeit noch so erzählen soll. Ich habe mir auch dann noch ein Sammelalbum gekauft für so 900 Karten. Und ein paar Aufsteller. Es gibt ja mittlerweile auch für die ganz teuren und guten Karten auch bessere als normale Schutzhüllen. Und da kannst du die auch richtig reinstellen. So eine Magnetschutzdinger. Habe ich mir auch gekauft. Muss ich mal gucken, ob das dann in meinen Vitrinen gut aussieht. Ich kann mir vorstellen, auch ein paar Karten einfach auszustellen. Dass wenn ich hier nach Hause komme, ich da immer beim Reinlaufen in die Bude sehe, was die gerade so schönes treiben in der Vitrine. So, Kreideschrei. Citrus Schafssinn. Die nächsten Booster sind halt Englisch, ne? Sag ich jetzt schon mal. Ermittlerset. Keg Leon. Schönes Art Design. Grillmark. Und eine Dialga-Karte. Und natürlich wieder ein bisschen Energie. Vielleicht haben wir ja Schwein und wir ziehen halt eine doch sehr seltene Karte. Ich gehe aber davon aus, dass wir das nicht machen. Es ist, wie schon eingehend gesagt, glaube ich auch überhaupt nicht schlau, sich diese Booster zu kaufen. Das macht man nur zum Spaß seiner Freude. Kaufst du die bei Einzelnen? Ich habe auch mal bei Ebay geschaut nach diesen Bulk-Karten oder Bulk-Boxen. Dass ich mir einfach ein paar Starter-Sets kaufe von irgendwelchen Leuten, die halt nichts anderes tun in ihrem Leben, außer halt die Sachen hier zu öffnen. Aber selbst da findet man gar nicht so viel. Die werden alle einzeln verkauft und da muss man übelst aufpassen, weil ein paar verkaufen nur die Boxen mit ausgetauschten Karten. Also Ebay ist sowieso schlecht, wenn das angeht. Lieber alles nur eingeschweißt holen. Ist ja sowieso die Regel. Don Phan. Uh. Bredoradon X. Die sieht, sieht sehr nice aus. Ich kann mich daran erinnern, dass bei Pokémon Live, ich kriege es nicht schärfer leider. Muss man vielleicht ein bisschen was ablegen. Jetzt. Da. Legieren. Hier die Sternchen. Nice, ne? Ist schon cool. Das ist eine Karte, die kommt dann ins Sammelalbum. Weil legen wir auch erstmal, wie gesagt, beiseite. Ja, jetzt da nicht meckern, wenn ich sie nicht gleich in die Schutzfolie packe. Vielleicht packe ich die auch gar nicht in die Schutzfolie. Vielleicht wurde die auch einfach genau so gezockt und verramscht. Beim Spielen, dass ich sage, hier, ihr habt die Karten, spielt damit. Mir dabei gerade da ein Knick reinkommt. Vielleicht lasse ich die andere Box doch noch zu. Im Endeffekt muss das Video auch nicht so lange gehen. Habe ich mir gerade so überlegt. Weil ein paar coolen Karten haben wir schon gezogen. Oder ich mache die einfach dann so eine Art Speed Opening und werde dann einfach nur das Beste so reinschnippeln. Dann müssen wir die Folge hier nicht so übelst in die Länge ziehen. So ohne Sinn und Verstand macht ja auch wenig Sinn. Eisenbündel. Aber das ist eigentlich auch genau das, worauf ich Bock habe. Diese Karten hier zum Beispiel. Diese ganz stinknormalen Karten. Wenn ich davon jetzt mehrere hundert habe und damit zocken kann. Das reicht mir schon. Vielleicht wird es mich für eine Edition lang bespaßen und dann ist es wieder vorbei. Sarut und wieder eine Energiekarte. Man weiß es nicht. Es kann sich alles noch ändern. Ist jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt damit anzufangen. Man hätte es immer noch bevor es rausgekommen ist. Schon vorbestellen müssen. Und ich glaube vorbestellen ist auch genau das Zauberwort. Ohne den geht es halt nicht. Und ja, der Nebeneffekt ist, dadurch, dass ich jetzt hier auch diese Codes noch mit drauf habe. Ich spiele ja TCG live noch. Für mich hat das ja dann den Vorteil, dass ich mir das nicht kaufen muss. Weil ich kaufe mir sonst immer so 50er Boxen für 10, 20 Euro. Und die spare ich mir damit ja eigentlich ein. Das heißt, wenn so eine Box regulär 109 oder 120 Euro kostet, dann weiß ich jetzt schon, hey, 20 Euro hätte ich sowieso ausgegeben für die Booster für Online. Dann ist es auf einmal gar nicht mehr so teuer. Und wenn du nicht der übelste Sammler bist, dann kannst du auch dann die ganz wertvollen Karten einfach auch verkaufen und dann später kaufst du diese wieder zurück, wenn die Preise gesunken sind. So könnte ich es mir vorstellen. Wo ist Zeig? Selfie. Erdanziehungsberg. Andinalos. Und eine Energy Card. Mal wieder eine Energy Card. So, jetzt haben wir hier noch drei Booster. Und dann ist es doch erstmal hier vorbei. Hat das hier eigentlich irgendeinen Einfluss? Guck mal, hier sehen wir ja. Ja, das sind ja drei verschiedene Cover. Ich habe jetzt auf die anderen nicht geachtet. Kann es sein, dass hier Latias nur in einem Booster aufkreuzen kann, wo sie abgedruckt ist? Oder ist das völlig egal? Ist das einfach nur so ein bisschen just for fun? Ich weiß es nicht. Im TCG Shop Simulator ist es ja auch so, dass es keine Rolle spielt. Da können dann die weißen und schwarzen sehr seltenen Karten in allen Boostern aufkreuzen. Zerschmetternder Puls. Ein Toggepi. Ein Eguana. Knabon. Die habe ich ab und zu mal bei TCG Live gegen mich gesehen. Die soll wohl eine starke Entwicklung haben. Müssen wir mal nochmal angucken. Xenias Aufruf. Ist das nicht sogar einer von den ganz seltenen Karten, also die in Full Art und eingefoilt? Wechsle ein Basispokémon von der Bank deines Gegners in die aktive Position ein. Es gibt sehr viele Basispokémon, wie Taubsee zum Beispiel, die momentan sehr beliebt sind. Und nochmal ein Erdanziehungsberg. Hier mal montieren ein bisschen. Holo. Dann Knabon. Uuuuh. Die müssen wir wieder ein bisschen scharf kriegen. Flamingo X. Ja, ich muss schon sagen, jetzt wo ich die so in der Hand habe, es ist irgendwie ein cooles Gefühl. Es ist ein cooles Gefühl, das doch hier ein bisschen zu sammeln. So zwei Booster haben wir noch. Und dann haben wir doch hier den Schlüssel wie heute erstmal erledigt. Und dann muss ich mir doch nochmal überlegen, was ich mache. Also, es ist es ist immer noch ein Ringen mit den macht man doch dann die Boosterbox auf oder spart man sich die stellt die einfach so in die Vitrine zum angucken. Ich werde mit aller Ruhe nochmal die einzelnen Karten, die ich gerade gezogen habe, anschauen. Und natürlich alles schön verpacken. Oder mache ich die gleich auf? Ich bin so ich bin so hin und her gerissen. Eine Iguana Karte nochmal. Knabon nochmal. Diktan, Seemops, Tauros, Knirrfisch, war denn die auch ganz cool? Was kann die, wenn dieses Pokémon dann in der aktiven Position ist und durch eine Attacke Schaden erhält. Auch wenn sie kampfunfähig wird, lege drei Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Tortunator. Uh! Eine Energiekarte! Eine Gewinnenergie. Wenn du diese Karte aus deiner Hand an deinem Pokémon anlegst, ziehe vier Karten. Strong, alter, sehr strong. Und vor allem dieser Goldglitzer-Effekt. Aber ich kann nicht einschätzen, was die für einen Wert haben. Da bin ich wirklich vollkommen raus. Dann war ein Schlapfel und eine Therapagos. Therapagos gibt es ja auch in Full Art in einer anderen Edition. Die letzte war das sogar, glaube ich. Das war dann auch die teuerste Karte in der X-Variante. Wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, ich bin da nicht ganz so im Thema drin, obwohl ich jetzt schon mehrere Stunden auf der Uhr hatte. So, und hier bitte einmal aufmachen. Und schwupps! Das sind jetzt die letzten Karten. Und damit haben wir unsere Top-Trainer-Box auch fertig. Ja, muss ich wieder ein bisschen warten, bis die Kamera den Rest macht. Markel, Rotomov, Levi, Chongyang, einmischende Notiz, Eisenbündel, Altaria und Skellogrog mit einer Energie. Oh no, hier ist der Code. Hier ist der Code. Den habe ich aber, wenn ich es hochlein habe, eh schon eingelöst. Edgy, badgy. Ihr könnt damit nichts mehr machen. Schön. Haben wir die auch. Und das war's, Leute. Das waren jetzt die ersten Booster. Jetzt muss ich selber noch mal kurz zusammenfassen. Also, wir haben jetzt hier drei Ex-Karten gezogen und das aus der Trainer-Box. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein ziemlich guter Schnitt von so neun Boostern. Drei Ex-Karten ist nicht die Wahrscheinlichkeit so immer eins in jedem fünften Booster, was man erwarten kann. Dann haben wir hier die sechs normalen. Wie sagt man dazu? Wear? Die mit einem Silberrand. Das sind einfach nur Wear-Karten, oder? Die werden da nicht so großartig unterschieden. Und hier, wie gesagt, weiß ich nicht, wie selten die sind. Ich glaube aber nicht, dass die so mega selten sind, weil die ja, die kannst du ja eh nur einmal im Deck haben. Und die werden wahrscheinlich bei Ebay oder so kaum irgendwas wert sein, dass man damit auch zocken kann, ohne Angst haben zu müssen, dass jetzt irgendwas passiert. Ja, dann packe ich die beiseite und jetzt, jetzt kommt dann doch die Boxöffnung. Ich picke es mal hier rein so. Zack. Und jetzt wird der große Spaß geöffnet. Zack. Verreißen sie es. Kein Mitleid. Ach, ist das schön. Ja, ich hab nochmal kurz überlegt und mich super schnell entschieden, das doch zu öffnen, weil es macht einfach zu viel Spaß. Ich kann es nur so sagen. Es macht wirklich einfach zu viel Spaß, hier alles zu öffnen. So was muss ich jetzt hier machen. Muss ich jetzt hier oben irgendwie aufbrechen, oder wie geht das? Nee, hier hochziehen. Guck mal. Ich muss hier hochziehen und dann öffnet sich die Box und dann muss das bestimmt so rankleben irgendwie von hinten. Jetzt bin ich hier an die Kamera gedutscht. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es halt vor einem liegt. Und jetzt ziehen wir hier schön einen Booster raus. Pikachu ist auch noch. Also es gibt anscheinend drei verschiedene. Und hier in so einer Boosterbox soll da immer eine richtig krasse Karte drin sein. Ich bin gespannt, ob das hier dann wirklich so ist. Und ja, Schere kommt beiseite, dass ich nicht aus Versehen irgendwas zersteche oder raufkratze. Und wir sehen uns dann jetzt gleich wieder, wenn wir ja, was cooles gezogen haben. Komm, das Erste, das machen wir nochmal gemeinsam. Und dann gibt es hier einfach nur ein paar große Cuts. Und ich freue mich jetzt schon, die Karten gleich nochmal anzusehen. Und mir die genauer durchzulesen. Und dann mal so Probe zu mischen. Ich habe auch richtig Bock. Und die sehen auch anders aus. Guck mal hier. Das sind die Code-Karten. Die sehen, die haben einen grünen Rand. Die hier, die sehen so aus. Also kriegen wir bestimmt unterschiedliche Karten draus. Play today. Na dann wollen wir mal uns die Sachen hier angucken von vorne. Also, das ist nochmal der letzte gemeinsame Versuch. Da so. Jetzt hat er. Ja, Bronzor. Morlol, Diglett haben wir schon mal gezogen. Deduktion-Kitsch und das ist ja alles jetzt Englisch. Also, ich persönlich finde es auch überhaupt nicht schlimm, da englische Karten zu besitzen, weil im Endeffekt die Texte versteht man ja trotzdem ganz gut. Die dürften auch Turnier legal sein. So war es bei Yu-Gi-Oh! zumindest. Da war es auch immer völlig mumpe, ob du da Englisch oder Deutsch hattest. Glaube ich zumindest. Oder? Kann man damit nicht spielen. Selbst wenn nicht. Ich fahre ähnlich zum Turnier hierfür zu Hause reicht's. Ist ein gutes, verständliches Englisch, was da oben steht. Und Oh! Wen haben wir hier? Das ist die nächste Ex-Karte. Eine nächste Ex-Karte. Das ist doch schön. Haben wir schon die Vierter. Und das direkt beim ersten Booster. Okay, nice. So kann es weitergehen. Counter-Gain. Durant-Ex. Ich kann mich an die normale Karte erinnern bei TCG Live. Da habe ich mal ein Deck probiert. Die konnte ja immer Karten ablegen vom ginderischen Stapel. Und ein paar Mal hat es funktioniert. Ist schwer zu spielen gewesen. War auch irgendwie nicht cool, weil es hat lange gedauert. Aber irgendwie hat man manchmal einfach Bock den Ginder so ein bisschen zu stänkern. Und wenn er nichts machen kann und dadurch verliert, dass er einfach viele Karten ablegen muss. Das könnte in der jetzigen Meta sogar ganz gut funktionieren, weil es gibt ein paar Decks. Da will der Gegner ganz schnell seine Karten auf dem Friedhof ablegen. Und wenn du dann mit sowas kommst, mit den Ameisen, die auch nochmal vom ginderischen Stapel dir Karten ablegen, wer weiß, ob das jetzt nicht was bringt. Wenn du dieses Pokémon von dir auf deinem Bench während deiner Turn bist du top Karten auf dein Open Stack Okay, du musst hier einfach nur spielen und dann muss der Gegner schon eine Karte ablegen. This attack does 30 more damage for each price card you opened has taken. Oh, die ist ja zum Schluss heftig. Zieh mal rein, der Gegner hat schon vier Karten genommen, dann macht die Attacke schon 240 bei 5 270. Viele Pokémon X-Karten haben ja so um die 250 Lebenspunkte und wenn du die ganz zum Schluss zockst, okay, das ist eine ziemlich nice Karte, muss ich mal sagen. Eins, zwei, drei, vier, ja, fünf, nochmal wieder hier Daumen Action, weil wenn der Daumen auf der Kamera ist, guck mal hier, ich meine Katze, das sind alles, alles was ihr so an Schwund seht, das sind Katzen Kampfspuren, wenn sie Kratzi Kratzi machen. Oh, die sieht nice aus. Oh, die werde ich mir auch wegpacken, die werde ich mir einrahmen. Und das hier ist dann die mit dem Metallrand. Okay, aber ist die hier nicht sogar cooler und seltener? Ist das nicht so eine Full Art? Also über die freue ich mich ein bisschen mehr tatsächlich. Können wir nochmal ranzoomen? Bitte Kamera, tun sie es. This Pokemon Tags 30 less damage from attacks after applying weakness and resistance Okay, ich habe so leichte Déjà-Vus, als ob wir nicht gerade eben dasselbe Booster geöffnet haben. Schade, 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 Ja, Pikachu X ist genau die, die wir haben wollen, aber leider, leider nicht in der Form. Da gibt es zwei seltenere Karten, die auch ein bisschen geiler aussehen, aber trotzdem ultra-strange Karte, die packe ich auch mal in die Folie. Ah, ja, wir kommen der Sache schon ein bisschen näher. Vielleicht hat die auch einen gewissen Wert, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Hier, ach, guck mal, in der Mitte, in der Mitte ist so ein Spalt, den man so aufruppen kann, dann habe ich es die ganze Zeit mir ein bisschen schwerer gemacht mit dem Öffnen der Karten, musste ja wissen. Okay, aber so geht es ja auch, ich bin ja da ein bisschen gut, was Fummeln angeht. Mal gucken, ob wir hier gleich belohnt werden, da muss ich das hier nicht weg schnippeln. Uuuuh, nice, alter, richtig geil. Das sind genau die Karten, auf die man halt Bock hat, weil das sind schöne Art-Designs und die will man eben auch haben und mit ein bisschen Glück hast du irgendwann mal so einen Booster, wo so ein schönes Artwork drin ist plus dann eben noch eine schöne Ex-Karte. Aber ja, Hammer, das ist, die sieht schön aus. Vor allem, die kann ich auch gar nicht. Ich dachte, ich hatte mir alle Karten angeguckt online. Kannst ja, weil wenn du TCG Live spielst, dann siehst du auch alle Karten, die es gerade gibt. mal wieder mal wieder eine Ast-Trainer-Karte. Okay, das ist nice. Da freue ich mich. Die packe ich schon mal weg. Und vor allem, dass die auch nicht doppelt ist, da freue ich mich auch drauf. Ansonsten haben wir jetzt gleich Halbzeit. Wir können ja mal das letzte Booster noch gemeinsam öffnen. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich jetzt die hier in eine Folie extra packen soll. Ich habe so das Gefühl, dass die jetzt gar nicht so wichtig sind, so wertvoll, dass ich mit denen auch zocken dürfte, ohne jetzt Angst haben zu müssen, dass ich jetzt ein paar Euros verballere. Aber die, die haben noch einen gewissen Reiz. Ich finde es auch schön, dass die die so rot hervorgehoben haben. Das mag ich. Okay, dann haben wir jetzt Halbzeit. Wir machen das Booster jetzt nochmal von vorne. Also gemeinsames Opening. Und ja, ich möchte mich doch hier oben eher ein Abfall in der Mitte. Da ist zwar diese eine Öffnung, aber ihr seht schon, man kann es trotzdem nicht immer gleich aufbekommen. Ich habe jetzt falsch sortiert. Wartet mal kurz. Das kommt da oben hin und die Codes. Oh, ich habe auch so Bock nachher die Codes zu öffnen. Also was heißt zu öffnen? Die Codes einfach dann in der Spiele-App schön über Handy hier einfach die Codes abscannen. Das geht der Razzifazzi. Brauchst du nicht mehr manuell eintippen oder so oder mühsam rüberkopieren von A nach B. Ich habe auch schon richtig Bock drauf. Und da werde ich mir ein neues Deck zusammenstellen. Mein jetziges Terra-Deck ist ganz cool. Spielt sich sehr schön mit genau dem Vieh hier. Aber eben in Terra-Kristall-Form. So und hier ist dann erstmal nichts weiter Spannendes dabei. Wir haben ich würde sagen eher so ein durchschnittliches Opening würde ich behaupten. Ich weiß auch gar nicht woran ich jetzt merke wann ziehe ich oder woher weiß ich dass in diesem Pack in diesem 36er neu eingeschweißten Pack jetzt genau das seltenste Pokémon gezogen wurde. Woran merke ich das? Ah wieder schön Keck Leon Ich wüsste auch gerne was das ist warum die Kamera immer manchmal so eine Stream zieht so ein Oh ja man Astrienerenergie Nice Musical Headset Das ist doch wieder genau das was wir sehen wollen über so eine Karte freue ich mich natürlich enorm wir müssen sie nur scharf kriegen das ist wirklich so blöd da Powder Snow Your Opens Active Pokémon Is No Sleep Seemobs Das Blau sieht ultra schön aus und vor allem hier versuche ich nochmal ein bisschen mehr so in die Kamera zu leuchten Ja dieser Regenbogen Effekt ist auch ziemlich nice Und dann haben wir noch eine normale Karte Ja ich glaube ich werde die nachher auch mal wieder aus diesen ganzen Folien wieder raus nehmen Sonst reichen die Folien nicht mehr Ich habe das Gefühl dass es wirklich besser ist sich eher diese seltenen schönen Karten aufzusparen und ich glaube mit denen kann man auch zocken oder das ist nicht so schlimm wenn die halt Gebrauchsspuren haben weil man damit spielt aber ich hebe die trotzdem erstmal auf fürs Sammelalbum wenn es dann kommt die Woche also nächste Woche dann werde ich erstmal alle schön reinsammeln und und da du ja auch von jedem Pokémon so vier Stück haben musst wenn du mal ein cooles Deck zusammen willst dann reicht ja einmal so ein Booster öffnen auch nicht aus das ist ja das Ding aber ja cool dann haben wir jetzt eine nächste schöne Art Karte gefunden machen wir hier ein bisschen außerhalb der Kamera dass man nicht gleich sieht was ich da hinten so leicht weg swipe Altaria ok das war crap naja dann mal gucken wie es weitergeht hier war eine Ex Karte mal wieder das ist lange lange her dass wir eine Ex Karte gezogen haben also wurde auch mal wieder Zeit ich glaube die ist jetzt nicht so pralle können mal gucken was die kann if you're opened has no Pokemon X or Pokemon V in play is Pokemon can't attack die ist ja doch ziemlich krass es gibt ja Doppel Energien wenn du hier eine Doppel Energie einfach ran legst aber gut es ist eine Dreier Entwicklung und ich glaube in der Edition gibt es jetzt nicht so was wie ein Sonderbonbon da wird es also schwierig nur anhand dieser eine 36er Displaybox vernünftiges Deck auch zusammen zu stellen ja das ist gar nicht mal so verkehrt dass wir ausgerechnet die Pokemon Karte gezogen haben wo wir vorhin schon die bessere Art Form in der Hand hatten jetzt haben wir hier Durant Ex okay finde ich nice jetzt haben wir hier genau die zweite Variante das das finde ich cool da haben wir endlich mal wieder eine Ex Karte ich dachte schon da kommt nichts mehr Tatsugiri Ex die die kenne ich gar nicht was ist denn das für einer was kann die Surprise Pump this attacks damage isn't affected by any effects on your opens active Pokemon es gibt ein Pokemon gerade auch in dieser Edition was Schaden negieren kann von Ex Pokemon und der wäre der perfekte Konter und die Stufe 3 Zenabalure look at the top 10 cards of your deck you may put any number of Pokemon you find there onto your bench shuffle the other cards back into your deck ich wüsste jetzt ad hoc nicht wann man die gebrauchen sollte da steht nichts von Basis Pokemon das heißt wenn ich ein entwickeltes Pokemon der Stufe 3 oder so habe könnte ich es ja mit dem Pokemon einfach beschwören klingt erstmal strong auf der anderen seite kann aber dieser Move halt nichts da ist eben keine ATK drauf das ist eben so die andere Sache also ich weiß nicht ob man dann erstmal 3 Energien an dieses Pokemon ran legen möchte um dann andere Pokemon zu ziehen wo du auch wieder Energien ran legen musst weiß nicht in welcher Situation das hilft und die eine Attacke mit den 100 100 erstes auch ein bisschen wenig macht mich jetzt nicht so an dazu hat Tatsugiri Ex auch nur 160 Lebenspunkte das ist genauso Mist weil du bist definitiv One Shot selbst wenn du da Items ran legst also Ausrüstungen die dir nochmal 50 Lebenspunkte geben gibt es ja gibt du jetzt hier Früchte da kriegst du genug Lebenspunkte nochmal dazu aber selbst dann naja immer noch eine Melothek Ex Karte ja dann das ist jetzt auch das letzte Booster gewesen ich bin froh dass wir zumindest am Ende nochmal so eine Schönheit hier bekommen haben aber wir haben jetzt nicht wirklich viele richtig krasse Pokémon Karten bekommen also ich kenne ja einige von denen die ich schon gerne haben wollte also so mindestens 10 Stück und von den 10 Stück haben wir halt gar nichts gezogen was echt schade ist ich weiß nicht ob die 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 wir jetzt hier haben ob die jetzt einen gewissen Wert haben wir können mal zum Spaß gucken auf Ebay ob da ein paar Preise zu finden sind ich mach das mal dann kann ich euch mal zusammenrechnen ob das jetzt hier finanziell gelohnt hat ansonsten für diesen ganzen Berg an Karten hat es auf jeden Fall schon gelohnt weil damit kann ich auf jeden Fall eine kleine Runde zocken freue ich mich schon drauf ich hoffe die reichen auch dass man so zwei Decks zusammenstellen kann und ich hoffe auch dass die Energien ausreichen das ist ja dann das war es das waren jetzt meine ganzen Booster ich gehe es nochmal durch welche wir jetzt hier hatten das war jetzt hier die letzte die Milotic X Karte ja dann haben wir Tatsugiri X dann eine Ameise Lethargo das ist immer noch eine der coolsten Karten die finde ich auch cool die Lavita Karte im schönen dunklen Ton ja es tut mir wirklich leid für die Kamera es ist halt scheiße aber was soll ich machen vielleicht kann das sein dass das jetzt hier die Main Karte ist aus dem Booster dass die hätte auch was anderes sein können weil ich frage mich immer noch was ist jetzt die Karte die in dem 36er Display die seltenste sein soll die garantiert ist ist das die hier wüsste ich jetzt nicht die ist auch sehr schön da freue ich mich und hier haben wir die andere Ameise das sind die ganzen Karten die wir gezogen haben plus dann eben noch die die wir aus den aus der Trainerbox hatten jetzt haben wir es fast geschafft ich habe mal so ein bisschen grob überschlagen die ganzen Pokémon Karten hier sind alle so um die 4 Euro wert manche 3 manche 5 meine Quelle ist jetzt nur Ebay und man muss natürlich den Versand mit einrechnen die die das ohne Versand einrechnen machen auch so 4 Euro im Schnitt kannst sagen das heißt wir haben jetzt hier 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 12 mal 4 sind 48 also 50 Euro sind das ja schon das ist gar nicht so schlecht ich dachte der der Kosten Nutzen wäre schlechter und jetzt haben wir 15 so 12 13 kann man sagen finde ich die auch Deutsch Englisch egal Englische sollen immer noch ein bisschen teurer sein kann ich bei dem Preis wo wir uns befinden jetzt nicht bestätigen aber das ist auf jeden Fall die wertvollste Karte hier in dem Booster aktuell das ich hole die noch mal raus ja ich mache das oder lasse ich die drinnen mal so schön außerhalb der Folie komm wir müssen uns hier angucken wie die so schön glitzert glitzer glitzer powder snow powder snow john snow nichts weiß du du weißt gar nichts powder snow schön das ist die wertvollste Karte also sagen wir mal mit sehr gutem Willen würde man die jetzt für 15 Euro los wären ist man hier bei 65 und die anderen Karten die hier unten sind die sind so die könnte als englische variante mit versand so 9 Euro dann sein ja wir waren bei 65 sagen wir bis jetzt hier bei keine Ahnung sagen wir die kriegst die für 8 Euro los jeweils bist du bei 16 hast du also statt 65 schon mal 80 Euro die war ein bisschen wertvoller als die die andere Ameise 6 7 Euro bist du bei 86 ungefähr und die war auch gar nicht so viel wert die sind beide so bei 6 7 Euro also gesamtwert lass es so zwischen 90 bis 100 Euro sein die wir hier rausgezogen haben ausgegeben habe ich jetzt 200 Euro und ich finde das ist sogar besser als erwartet ich hätte gedacht man hätte jetzt hier noch richtig Glück haben können und mal so die ganz wertvollsten Karten die so auch eine Einzige aber davon gibt es nur eine Einzige und man darf nicht vergessen die Codes sind umgerechnet auch nochmal 20 Euro haben wir also schon 110 da ist die normale Boosterbox wenn wir die jetzt nicht so überteuert kaufen würden 160 Euro würde ich nicht nochmal machen aber ich hatte eben einfach Bock das war der Urlaubs Super GAU muss ich mal sagen dann hättest du theoretisch sogar alles wieder raus was du ausgegeben hast hätte ich nicht gedacht das ist für mich das lohnt sich ja dann doch also ist gar nicht so ein großer Verlust die Trainerbox gibt ja auch nochmal ein bisschen schöne Würfel und die Münzchen dann noch die ganzen anderen Karten mit die man ja auch spielen kann klar sind die alle jetzt nichts wert aber kriegt die erstmal jemand der eine Burgbox verkauft will ja mittlerweile auch schon hier für ein paar hundert Karten da gewisses Geld haben so 30 40 Euro ich hab schon geguckt selbst Auktion und wenn das auch noch mit dazukommt dann dann hast du vielleicht 40 50 Euro minus gemacht und wenn du es vom normalen Preis kaufst gar nichts und das ist krass das ist krass da wo ich sage okay das werde ich zukünftig doch mal beibehalten weil ich bin ja Sammler was Figuren angeht habe ich ja schon mal gesagt ich habe ja sehr viele PVC Figuren und die nehmen aber sehr viel Platz weg und irgendwann kaufe ich mir die und kann die mir nirgendwo hinstellen und da ist sowas als Sammelleidenschaft eigentlich gar nicht so schlecht es ist der im Vergleich teurere Spaß so eine Figur kostet bei mir so 260 Euro bis die teuerste die ich habe ist 600 Euro aber die kaufe ich mir auch dann vielleicht so pro halbe und dann schwer zu sagen also es ist auf jeden Fall ein teures Hobby das kann ich schon mal mitteilen muss ja dafür sich selbst entscheiden ob er da Bock drauf hat aber wer spielt der Spielspaß ist ja trotzdem noch mit dabei den kauft man ja mit es ist ja nicht nur das Sammeln wer jetzt auf diese ganzen anderen Restlichkeiten hier verzichtet ich glaube der ist dann trotzdem besser dran wenn das einzeln kauft aber ich bereue es jetzt zumindest nicht ich warte ab wenn es noch mal eine box gibt würde ich mir sogar noch mal eine kaufen das war so mein Fazit mein erstes pack opening also tut mir leid für diese kamera die ist für das opening vielleicht nicht so gut gewesen oder ich muss beim nächsten mal gucken wenn draußen nicht dunkel ist und ich hier auf das zimmer nicht angewiesen bin ok hat aber sehr viel bock gemacht das hat zwei stunden gedauert ich bin gespannt auf wie viel ich das kürze und ich freue mich jetzt schon die Sachen auszuprobieren auszutesten dann wieder einzuräumen ich freue mich wenn dann meine Sammelbox mein Sammelalbum da ist und ja mal gucken mal gucken ob ich hier noch mal was ziehe oder ob ich warte auf die nächste Edition und dann zuschlage guck mal hier das ist übrigens mein gaming Daumen so sieht man aus wenn man Playstation gezeichnet ist hier Herz you heart you und damit schönes Wochenende und tschüss